Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 22. Juli Und Ahab rief Obatia zu einem Hofmeister. Obatia aber fürchtete den Herrn sehr. 1. Könige 18, Vers 3 Es ist seltsam, wie hier von dem frommen Hofmeister des gottlosen Königs Ahab gesprochen wird. Wir würden erwarten, dass er stünde, er glaubte an den Herrn. 1. Stattdessen steht da, er fürchtete den Herrn sehr. 2. Was ist denn wohl größer, an Gott glauben oder ihn sehr fürchten? 3. Ich meine, die Furcht ist größer als das, was man gemeinhin und oberflächlich Glauben nennt. 4. Ich kenne nämlich viele Menschen, die mir sagen, dass sie an Gott glauben, aber sie haben niemals Gott gefürchtet. Wer Gott fürchtet, der hat die Wirklichkeit des Heiligen Gottes erkannt. 5. Dem ist Gott selbst in den Weg getreten, in seiner überwältigenden Herrlichkeit. 6. Wer Gott fürchtet, der nimmt Gott ganz ernst. 7. Aber er wird bei der Furcht nicht stehen bleiben können. 8. Er wird anfangen zu fragen, wie bekomme ich denn Frieden mit dem Heiligen Gott? 9. Ein junger Mann war mit einem Mädchen befreundet. 10. Er nahm die Liebe sehr ernst. 10. Er wollte das Mädchen zur Frau haben. 11. Das Mädchen aber spielte mit ihm. 11. Eines Tages fragte er es, ich möchte nun wissen, ob du mich lieb hast. 12. Das Mädchen lachte. 12. Ihr Männer stellt immer so ernste, dumme Fragen. 13. Da sagte der junge Mann, so frage ich, weil ich dich ernst nehme. 14. Wenn du nur ein Spielzeug für mich wärst, würde ich nicht fragen, wie ich mit dir dran bin. 14. So geht es auch mit Gott. 15. Nur wer ihn ganz ernst nimmt, will schließlich wissen, wie er mit ihm dran ist. 15. Wohl dem, dem dann der Gekreuzigte Jesus geoffenbart wird, in dem Gott uns als Kinder annimmt. 16. Herr, lehre uns den Anfang aller Erkenntnis. Amen. 16. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. 17. Jesus wartet auf dich. 17. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. 18. Du wirst sehen, er wird dir antworten. 18. Jesus Christus, segne dich. 18. Dankeschön. 18. Tschüss. 19. Schöne. 20. Schöne. 21. Schöne. 22. Schöne. 23. Schöne. 24. Schöne. 25. Schöne. 25. Schöne. Williams Versöge. Untertitelung des ZDF, 2020